Ein Bild zum Verweilen. Das Foto wurde 1880 von Georg Koppmann gemacht. In der Mitte die Schatorbrücke, links das Steinhaft. Die Ewa und Schuten liegen am Binnenhofen. Es herrscht Niedrigwasser. Das kann man links an der Kaimauer ganz gut erkennen. Nehmt euch die Zeit und taucht in das Bild ein. Folge mir für mehr historischen Content über Hamburg. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF.